Hallihallo, ich wollte euch heute mal meinen Kani X Belt von Nonstop Dogwear vorstellen. Also das ist dieser hier und diesen benutze ich fürs Kani Cross. Ja, ich hatte den ganz neu gekauft bei der Hundling. Solltet ihr auch noch einen Gürtel brauchen, dann könnt ihr mit Manolo 15 noch 15 Prozent Neukundenrabatt bekommen, wenn ihr euch auch noch so einen Gürtel zulegen wollt oder müsst. Ja, was schon mal super ist, ist dieser Gurt ist mega mega leicht. Er wiegt nur 280 Gramm. Alles was hier so dran ist an Metall ist Alu, also super leicht. Und ja, es gibt den in verschiedenen Größen. Ihr könnt im Internet eine Tabelle finden und dann findet ihr für euch die richtige Größe. Die Größe S ist nur für Kinder oder sehr sehr schmale kleine Personen geeignet. Somit habe ich die Größe M gewählt. Ja, man schlüpft hier hinein, das werde ich euch gleich noch mal zeigen, in diese beiden Beinschlaufen und dann hat man vorne so eine Schlaufe, an der dann auch ein Alu-Ring befestigt ist. An diesem wird dann die Bungee-Leine befestigt. Ja, dieser Führungsring ist besonders praktisch, weil je nachdem, ob der Hund etwas mehr rechts oder etwas mehr links läuft, klappt es halt wunderbar und man kann gut dem Hund hinterherlaufen oder er kann halt einfach auch ein bisschen schieflaufen, während man selbst geradeaus weiterläuft. Also das ist der super Vorteil von diesem Gürtel. Der wurde übrigens auch mit Weltmeistern gemeinsam sozusagen konstruiert. Also da haben die Profis ihre Finger mit im Spiel gehabt und deswegen ist der halt wirklich der Top ruht, finde ich. Genau, hinten gibt es eine Handytasche. Bei dem iPhone 14 Plus habe ich mir etwas schwer getan, das da rein zu tun, aber da es ja eigentlich für Kurzstrecken ist und da man ja richtig Gas geben sollte, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so nötig, dass man ans Handy drangeht während dieser Zeit. Aber man könnte Schlüssel oder etwas Kleineres hier hinten verstauen. Genau, ansonsten sind es einfach nur diese beiden Beinschlaufen. Vorne die Schlaufe für die Leine und hier oben eigentlich nur dieser eine Verschluss und dann ist die Sache eigentlich schon dran. Ja, wie gesagt 280 Gramm, mega leicht und es ist total cool, also wenn der Hund zieht, hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, das war eine Fliege, hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, als hätte man einen Skilift, also diesen Schlepplift beim Skifahren hinten am Po und das schiebt einen so richtig vorwerten. Also es ist mega das coole Gefühl beim Laufen und gibt einen mega Schub nach vorne. Ja, man kann diesen Burt natürlich nicht nur fürs Karnikross verwenden, sondern auch fürs Skifahren oder fürs Hiken. Er ist natürlich im Ursprung fürs Karnikross erkunden worden oder designt worden, somit ist er natürlich am optimalsten fürs Karnikross. Aber wie gesagt, auch zum Skifahren, Ski-Höring oder Heiken kann man ihn gut benutzen. Ja, dann zeige ich euch nochmal, wie man da hineinsteigt. Also es gibt hier die eine große Schlaufe hier unten, wo die Leine dran kommt und diese beiden Beinschlaufen. Am besten geht man vor, indem man das am Boden ablegt und dann in die eine Beinschlaufe hineinsteigt, dann in die andere Beinschlaufe und dann zieht man das Ganze nach oben. Ja, wenn man das Ganze dann oben hochgezogen hat, macht man eigentlich nur noch diese Schnalle hierzu und kann die hier entsprechend dann fester machen. Und dann liegen die Beinschlaufen hier an. Diese kann man auch lockerer oder fester einstellen. Ich habe die immer gern so ein bisschen fester. Ja, und hier vorne hängt dann wie gesagt der Gurt, an dem dann vorne eigentlich noch der Karabiner, der Drehkarabiner aus Alu befestigt ist, wo die Bungee-Leine eben dran kommt. Den habe ich allerdings intelligenterweise an der Bungee-Leine dran gelassen. So sieht das dann von der Seite aus. Hier oben ist der eine Gurt, ungefähr auf der Hüfte. Und hier ist eben dieser andere Gurt, der dann diesen besagten Auftrieb, wie im Skilist, gibt. Wenn dann so vorne der Hund anzieht. Und hier nochmal zu sehen, die Taschen. So, hier zeige ich nochmal das Material und die Verarbeitung. Also das macht man vorne eben zu. Das ist der obere Gurt. Das ist so ein durchsichtiger Mähstoff. Sehr atmungsaktiv und somit ist es für jede Temperatur geeignet. Das sitzt eben weiter unten auf und gibt einem den Schub nach vorne. Das sind dann die Beinschlaufen. Einmal hier und einmal da. Und eben diese Schlaufe, an der vorne die Leine befestigt wird. Wenn man den Gurt das allererste Mal benutzt, muss man das hier aufmachen. Das funktioniert ganz einfach, indem man das hier durchschiebt. Genau. Und dann kann man das einmal aufmachen, wenn man es das erste Mal anzieht. Und dann eben entsprechend wieder durchschieben. Und dann kann man das hier aufmachen, wenn man das hier aufmachen kann.